Hallo. Hey Faxi. Hey Michi. Na, wie geht's dir? Geht so. Ich hab ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Weißt du da vielleicht irgendwas dagegen? Nee. Aber wir könnten Weißbier trinken gehen im Biergarten. Okay. So, bitte. Kennen Sie das? Was? Sie wollen einen Weißbier in ihrem Lieblingsbiergarten trinken und es hat leider keine bis sehr schlechte Krone? Tja, das gehört erst zur Vergangenheit an. Unsere Forscher haben sich hingesetzt. Denn es gibt jetzt den Bierschweimer 3000 von Scheibchen. Ich würde sagen, das ist eine Runde zu. Der Bierschweimer 3000! 10000! Wow! Untertitelung des ZDF für funk, 2017